Hallo, ihr habt mich gefragt, ob ich für euch wieder ein paar Fragen beantworten kann. Wir sind ja gerade in der Bundestagswahl zum Wahlkampf und ihr habt mir Folgendes geschickt. Und zwar wollt ihr wissen, ob wir uns dafür stark machen, dass die Überbrückungshilfe 3 halt auch bis ins nächste Jahr verlängert wird. Genauer gesagt bis März. Und ja, das tun wollen wir. Wir als Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass die Überbrückungshilfe 3 auch weit ins nächste Jahr fortgesetzt wird. Und man muss ja gucken, wie Corona sich insgesamt auch entwickelt. Bedeutet, wenn es weiterhin Einschränkungen gibt, dass man nicht normal arbeiten kann, dass man nicht normal Geld verdienen kann, denke ich, es sollte selbstverständlich sein, dass man dann auch weiterhin staatliche Hilfen hier bekommt. Zweite Frage ist, ob die Umsatzsteuer von 19% auch auf 7% für den Busverkehr herabgesinkt werden soll, ähnlich wie bei Bahnreisen. Auch das ist von uns schon eine alte Forderung, die ich gerne hiermit nochmal unterstützen kann. Und wir wollen auch nach der Bundestagswahl uns dafür stark machen, dass wenn wir in eine Bundesregierung kommen, die Mehrwertsteuer hier an der Stelle gesinkt wird. Die dritte Frage ist, ob man nicht im Grunde auch hingehen kann, um die Hilfen noch zu vereinfachen, die Gewinne der Unternehmen von 2018, 2019 mit den jetzt Verlusten 2020 oder 2021 verregnen kann. Auch da haben wir direkt schon zu Pandemiebeginn das Modell einer sogenannten negativen Gewinnsteuer im Grunde vorgestellt, womit wir im Grunde ermöglichen wollen, dass Unternehmen sehr schnell direkt von den Finanzämtern die Hilfen bekommen. Und das würde sich da wunderbar mit einfügen. Also kann ich auch da sagen, ja, da setzen wir uns für ein. Die vierte Frage bezieht sich auf den Fachkräftemarkt. Das ist natürlich ein Problem, wo wir uns ganz ehrlich machen müssen, dass wir nicht von heute auf morgen beworben sein können. Und das wird auch nicht allein dadurch gehen, dass wir nur Fachkräfte bekommen, sondern natürlich, das hängt auch damit zusammen, wie attraktiv oder wie sicher ist auch der Job in der Touristikbranche und speziell natürlich bei den Busunternehmen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt vor allem wahrscheinlich gucken, dass wir Fachkräfte besser in unser Land bekommen, aber vor allem auch endlich Sicherheit wieder erschlagen können, dass es nicht weiter in diesem Krisenmodus zu gang geht, wie es aktuell der Fall ist. Fünfte Frage. Wie die Tourismusbranche insgesamt ja in einem relativ schlechten Licht steht und die Arbeitsplätze ja in Gefahr stehen durch die ganze Corona-Krise. Ich denke auch, wir müssen nun endlich den Krisenmodus abschütteln und endlich wieder in einen Neustart gehen und damit endlich diese Trauerphase oder so eine schlechte Phase im Terrorismus überwinden. Das geht aber nur, indem wir auch alle gemeinsam daran anpacken. Der Staat muss sein Übriges tun, dass die Unternehmen durch die Krise kommen mit finanziellen Hilfen, natürlich die Regelungen auch entsprechend lockern, wo es möglich ist und nicht immer nur so eine Salami-Taktik fahren. Und dazu müssen natürlich auch die Unternehmen bereit sein, wieder zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Risiken ein und versuchen wieder interessante Angebote zu machen, damit es sich lohnt für Kunden auch das dann wahrzunehmen. Zu guter Letzt die Frage, wie es sich mit den Masken bzw. auch den 3G-Regelungen bei den Busfahrten verhalten sollte. Das ist natürlich ein bisschen wieder eine komplizierte Geschichte mit dem Föderalismus in Deutschland, weil ja die Länder jeweils die Regelungen treffen und nicht der Bund in Summe. Ich denke, das wäre aber endlich Zeit, dass wir hier wirklich eine bundeseinheitliche Lösung haben, ähnlich wie Sie und ihr euch das vorstellt und ich denke, dann sind wir da auch einen guten Schritt näher. Ich hoffe, das hat eure Fragen an der Stelle soweit beantwortet. Wenn es noch irgendwelche offenen Punkte gibt, meldet euch einfach gerne bei mir. Vielen Dank.